Liebe Frau Höller, eine meiner liebsten Hedlenauten möchte dir eine Freude machen. Schau mal, er hat dir ein Paket geschickt. Das sage ich dir nicht. Dann ist es ja keine Überraschung mehr. Jetzt hast du es noch mehr verdreckt wie vorher. Ich weiß nicht, wo mein Putztuch ist. So, jetzt bin ich echt noch gespannt. Ich weiß ja, was drin ist. Jetzt habe ich nur noch deinen Arm auf der Kamera. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ach komm, hör auf. Der ist ja auch weiß. Da steht da drauf, Mies-Marketro. Hm, keine Ahnung. Mach mal auf. Was ist das? Ein automatischer Mülleimer. Ja? Das wollte ich schon immer haben. Das wollte ich schon immer haben, ne? Ja. Ein Kaffeekocher. Ein Kaffeekocher. Benutzer hat einen Wasserkocher. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ein Wasserkocher. Ein Wasserkocher. Warum das denn jetzt? Was sieht ein Wasserkocher aus? So kann auch ein Wasserkocher aussehen. Alter Schwede. Oh, guck mal. Das ist aber schon ein Hammerteil, ne? Da müsste man fast eine Franzi gleich noch mal zeigen, ne? Eieieiei. Wow. Heb den mal hoch. Mal her. Und jetzt heb den da mal hoch. Oh, und schau mal, wenn du den da drauf trägst. Aber wir haben doch einen Wasserkocher. Das da ist ein Wasserkocher, ja? Ja? Das da. Ist drauf gestanden? Nur, weil es drauf steht, muss es nicht drin sein. Da steht Germany oder es steht nicht aus Germany? Möchtest du dem Olli was sagen? Ja, danke schön. Hast du Dankeschön gesagt? Magst du denn dafür haben? Ja, garantiert nicht. Garantiert nicht. Ich hol mir schnell die Franzi. Jetzt? Ich mach jetzt einen Tee. Okay. Das war's. Ich hol die Franzi. Guck, und der hat auch 1,5 Liter. Habe ich hier extra so rauf gemacht? Mhm. So. Ja, sag mal. Äh. 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 Ja, schon. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt aber abschalten. Geh mal in die Küche. Geh mal in die Küche. Man hat uns was geschenkt. Was sagst du zu dem? Der ist nicht ganz so hässlich. Der ist nicht ganz so hässlich. Guck mal, der hat sogar eine Temperaturanzeige. Hat einer meiner Hedlenauten für euch zu Weihnachten. Danke schön. Hehehe. Cool, gell? Ja. Meine zwei Weiber, jetzt sind sie zufrieden. Hehehehe. Hehehehe. Damit sie nickt, guck. Ey, klasse, oder? Danke Olli. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke schön.